Ein Flugzeug. Darin drei Passagiere auf dem Weg zum Termin ihres Lebens. Doch am Flughafen kommt es zur folgenschweren Verwechslung ihrer Gepäckstücke. Geschäftsmann David vermisst seinen Laptop. Leistungssportler Michael muss ohne seine Laufschuhe auskommen. Und Jillian soll ihrer stets perfekten Schwester im Reiseoutfit gegenüber treten? Die Hoffnung ruht nun auf einem jungen Mann, der sich bei der Suche als Helfer anbietet. Der Gepäckträger ist die kuriose Geschichte dreier Menschen, die ihr wahres Gepäck erkennen und dabei ihre eigenen Lebensentwürfe hinterfragen müssen. Der Gepäckträger. Das Buch. Jetzt erhältlich in ihrer Alphabuchhandlung.